so nein das gehört mir wie lange dauert die nacht noch die ganze halbe nacht so wir haben nicht viel holz für den hausbau braucht man immer viel holz deshalb deshalb müssen wir wahrscheinlich noch mal fahren gehen was was können wir denn hier fahren ach guck mal da haben wir noch viel sagen wir haben rundherum noch viel haben so viel holz wir haben so viel holz aber erst mal hier so ein bisschen das dach anfangen wird das auch irgendwann haben ich weiß nicht wie das rüber geht wenn das in diese eine seite kürzer ist als die hier mit komisch aussehen am ende müssen uns dann irgendwie wieder abreißen das wäre darauf würde ich mich freuen so da ist ein skelett sind erstaunlicherweise alle im wasser und wir bräuchten eigentlich eine verbindung übers wasser eine schöne brücke das kommt aber noch alles wenn wir dann so weit sind doch gott wenn man schon mal hier ist kann man doch auch schon mal so ein bisschen bisschen machen so was wir haben die werkbank da wo habe ich mich erschreckt erschrocken heißt es ich möchte tatsächlich hier so eine schöne küchenzeile haben sie die küchenzeile nicht geilen muss ich finde sie geil schöne küchenzeile echt musste also ganz ehrlich muss man schon mal sagen wert sowas nicht nur so die zwei ja tschüss ganz ernst ganz ernsthaft so oh man man mann 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 water bucket ja ist aber auch eher ein bisschen klein hier ja man merkt dass das vom großen ins kleine geht in den kleinen anbau das ist jetzt nicht so schön dass das könnte man natürlich noch mal verbessern dafür ist ja da dafür ist es da jetzt mal gucken ist die luft rein nein die ist nicht rein müssen wir noch die bis zum ende der nacht verbringen dann die spawn die hoffentlich ich ja jetzt gleich ist ja jetzt gleich der halbmond der geht unter so und hier habe ich einen kleinen fehler gemacht wie ich sehe oder nein dann das täuscht ich kann sagen bevor ich da noch mehr täuschungen komme bauen wir hier schon mal so ein bisschen ne das schöne kreuz auf dann haben wir das und der der die sonne geht auf die sonne unserer unser freund unser freund die sonne freunde der sonne dann seid ihr auch so freunde der sonne ja so aber tatsächlich wird das haus hoffentlich das würde aber auf jeden fall das kann ich schon mal sagen hinten haben wir eine werkbank stehen gelassen hier kommen wir direkt zum friedhof dahinten in den berg wollen wir noch bauen hallo spinnchen popinchen so können wir mal über die martin und der king brücke gehen dann sehen wir auch schon den ersten anfang unseres hauses unseres bauernhof ist er dann noch im abgang hat zu zu stahl und und gehege und anbau und was es nicht noch so alles gibt und ja fast sagen das brauchen wir erst mal nicht mehr jetzt mal gucken ihr rohstoff was haben wir in rohstoffen nix essen nehme ich das lasse lieber erde zwölf stück kommt oben rein unten ist voll so tools können wir hier rein tun brauchen wir jetzt momentan auch nicht müssen wir mal ein bisschen ordnung haben das ist so haben wir nicht samen und weizen oder sonstiges sonstiges knochen knochen können wir gebrauchen und bücher und papier haben wir hier natürlich auch schon ein bisschen nach dem zeug hier wo noch waffen na oh man was ist los ich bin ein bisschen aus der übung hier holz das hier wasser water bucket water bucket 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 bread und das hier behalten wir dann machen wir gleich mal hier zucht betreiben diesen dann kommt das gehege weg und dann ne erstmal machen wir aber hier ein bisschen so dann werden wir hier mal ich brauche ein schwert und ne axt am besten dieses alte kaputte steinschwert das brauche doch eh keiner mehr kann ich das doch gleich mitnehmen so weil hier muss ein normaler durchgang werden wo habe ich das schwert hingetan ach das ist tot das schwert ist tot okay wow hey 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 bleib stehen jetzt haben wir von der axt getötet so haben wir das hier auf jeden fall solange der bauernhof noch nicht steht seit ihr erstmal hier das hier kommt auf jeden fall schon mal mit dieser baum nämlich muss weg und was habt ihr hier so 15 wo nix rauskommt auch schön mehr habt ihr nicht zu bieten weiter mal dann müssen wir leider ja tut mir leid müssen wir mal ein bisschen was für den umzug vorbereiten so ich weiß ich weiß ich weiß irgendwann kommt der tod und der holt euch alle so die zwei haben wir zwei brauchen wir um ein bisschen mehr hühner zu machen und ich würde sagen wir gehen erstmal die hühner beraten hier die toten nicht was anderes haben wir auch damit nicht vor wollten wir nicht noch irgendwelches scheiß holz verbrennen ja wow ein stück das reicht ja auch voll mensch machen wir es hier rein wir haben eh wenig kohle holz hier habe ich das hier habe ich das hier für euch das hier die federn kommen auf die andere seite der welt und zwar hier hin wir können es mal wenn wir sand haben können wir uns mal ein bisschen tnt craften super wir haben kein sand ja wow so gut dann muss das noch ein bisschen warten geben wir noch mal den den rest der folge so ein bisschen holz fahren auf der anderen insel und dann ist die folge auch schon fast vorbei ok 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 mal gucken da liegt ein ei gut kommt nichts raus so ein bisschen holz fahren an der küste ist ja auch nicht schlimm ne vor allem nicht mit einer diax da ist das holz fahren das einfachste was man immer machen kann ne das einfach so so dann 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 und hier ok 29 stück da kommen jetzt wieder zu nach hause gehen noch ein bisschen mehr auf vorrat oder tor ist echt das echt wird geworden nicht weil der ist von innen noch so hohl der muss der muss noch ausgebessert werden tatsächlich so gehen wir mal nach oben holz 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 hier das kommt alles rein axt kommt hier rein und das brot beweich auf brot mit zum armbot und dann stellen wir uns in unser haupthaus an eine schöne stelle die wir alle wieder vermisst haben so ein bisschen die sonne ist dahinter jetzt hinter dem turm und ich würde sagen vielen dank fürs zuschauen der aufnahme session es ist wiederum eine kurze ich mache ein paar kurze aufnahme session muss euch nicht wundern wenn ich wenn ich nur ein paar folgen aufnehmen es kommt auch immer darauf an die zeit ich habe und so weiter und so fort also vielen dank fürs zuschauen wir haben ja heute ein bisschen mehr geschaffen wir haben das haus weiter gemacht und mehr eigentlich nicht wir haben hühner gefarmt und wir sind ja auch für den umzug vorbereiten und so weiter und so fort das let's play together wird es wahrscheinlich erstmal noch nicht geben dann werde ich nochmal mit gucken ja mit game for two wie das jetzt mit den aufnahmen ist und die bringen ja auch keine videos seit drei monaten oder sowas bringen keine videos mehr das ist wird deren überlassen wir uns werden ich bringe jetzt hier jeden tag momentan was raus mehrere also jeden tag ein paar folgen und das wird sich auf jeden fall jetzt auch schon richtig drosseln dann nächsten wochen und ich sage vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns bei einem anderen video wieder bei der nächsten aufnahme session macht's gut so ich 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 Vielen Dank.